Moin Leute, Trimax hier. Wir haben es endlich wieder geschafft, uns für ein Nobel-Victory-Cash-Cup-Finale Das ist ja so, das ist Duo, zu qualifizieren. 180 Punkte brauchte man, dann ist man Top 2250 Duos Europas. Wir haben 201 Punkte, haben wir schon mal besser geschafft, aber wieder nur darum, sich zu qualifizieren. Gleich werden nur drei Runden gespielt mit den besten Duos. Gewinnt man ein Game, kriegt man 200 Dollar, 100 Dollar pro Person. Und damit wäre ich dann ganz, ganz offiziell E-Sportler in Fortnite, mit offiziellen E-Sportler-Earnings. Keine Creator-Earnings, davon habe ich genug. Die kann jeder haben. Da kannst du jetzt gefühlt, kannst du alles. Wer ist richtig bad in Fortnite? Gronkh. So, Gronkh kann easy beim nächsten Epic Games Turnier mitmachen, zack, wird letzter Platz, kriegt trotzdem 700 Dollar und gut ist. Das kann jeder, ja? Hat der jetzt Gronkh schon mal Fortnite gespielt? Oder direkt auf Grand Glacier? Ja, ja, Insta, Insta, Insta. Ja, Marc, Marc. Aber im Finale, die guten Landen dann auch. Wo ist denn? Gibt's nichts, eigentlich. Normalerweise. Ja, okay, maybe doch. Ich lande, ja. Liga, landen wir mit, landen wir mit. Ja, ich lande ja wie immer richtig scheiße, ne? Alles gut. Perfekt. Ja, das sind zwei Duos, oder fliegt eins weiter? Ja, eins fliegt weiter. Oder? Ja, eins fliegt weiter. Bist du schon gelandet? Ja, du vertreibst sie. Ja, die landet bei uns. Er landet bei uns. Stopp die Pfand, stopp die Pfand. Pfand liegt. Ist halt keine Wache, ne? Ja, hier. Komm, 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 komm. Oh, steh, steh. Bist du hier runtergegangen? Komm, komm, komm. Okay, komm, steh. Ich weiß nicht, wo du bist. Keine Shotgun. Natürlich, ich hab nen Shotgun durch. Okay. Ich find dich nicht, ich find dich nicht, ich find dich nicht. Verstehen. Hast du einen? Ich bin verloren. Ben. Habt ihr einen? Ich komm, hast du einen? Ja. Ich hab Splash, halt durch. Komm zu mir, ich hab einen Mini. Nein. Einen darf ich werfen. Ja, hast du recht, hast du recht. Und der nächste Splash, komm her. Nice. Ich hab drei graue Waffen. Geil. Ja, wo die loot. Der Mate kann den noch irgendwo looten. Das ist halt das Ding. Dann soll er kommen. Sobald er mich anschließt, tötest du ihn. Ja, deswegen sollst du mir rumlaufen. Ich hab ne Waffe für dich. Uh. Wir sind Slurps. Slaps. Nein. War hier nicht mal ein Tresor? Der ist jetzt nicht mehr. Ich bin hier drin. Du bist drin. Ich guck mir das mal lieber an. Du sagst, weil das nichts gut ist, dann ist er mal ne blaue SMG oder so. Die. Oh, wow. Was ist das? Das ist, ist es übrig? Ja, ist es übrig. Ich spiel Pistol. Pistol. Oder Deagle. Pistol. Da ist nichts Gutes und hat die beste Waffe im Spiel. Du Schwanz. Ich hasse dich dafür. Sonst sagst du dir was. Nee, also ist nichts Gutes. Da ist er lila in den Krieg. Ja, gleich bekomme ich wieder lustig zu überleidigen Mann. Ja, so ist es. Wo ist dein Cut-Mate hin? Ey, wir müssen jetzt nur einmal unserem Leben diese Runde gewinnen. Und dann haben wir es für immer und ewig geschafft. Das kann uns keiner nehmen. Ich bin dein E-Sportler und du hast mich zum E-Sportler gemacht. Jetzt was? Nee, warte. Nee, ich weiß es nicht. Ich nehme es selber mit. Zwei Shield-Bubbles. Die nehme ich lieber mit. Ja, du nehmen Shield-Bubbles nach Himmeling was. Äh. Banane. Oh. Ich lasse zwei Splash hier erstmal legen. Jetzt hier gelooten. Äh, hier ist es direkt. Da warst du echt stell, wenn ich das mal sagen darf. Boah. Naja, muss man machen. Mach's rein? Nee, aber ist es unnormal. Wie? Kannst du was hier mitnehmen? Hast du ein Healing? Ein Biggie, zwei Shield-Bubbles, ein Medipack. Dann dropp den Biggie dafür. Sicher. Sicher. Ist gemacht. Aber drei Biggies wäre besser als eine so eine Shield-Bubble, oder? Was? Naja, falsch. Ich glaube, jetzt herr ich sie sowieso. Nee, nee, wie heißt das? Die Spritzflasche. Drei Biggies ist besser als eine Spritzflasche, oder? Äh, ja. Zum Verbanden-Doos. Vielleicht eher weniger. Meine Mechanics sind sick. Ja, guck mal, jetzt hier ein zweites Biggie. Da sind auch zwei Biggies hinten im Köln stattdessen. Okay, erstmal hier wegmoven. Gleich ist unsere dreieinhalb Minuten Delay vorbei, und dann könnten hier scheiß Spieler kommen. Naja, dann natürlich. Oho. Moment, lass in diese Richtung. Wir ran vor dem Gegner. Das müssen heizen. Wir machen. Was muss reichen? Punktzahl ist scheißegal. Nur Win. Win gleich eSportler. Win gleich eSportler. Problem ist, wir sind in einer schweren Lobby-Hype. Die besten 2250-Duos europaweit. Hier oben auf dem Berg ist ein Team. Die schießen da irgendwo rum, zwar. Ist hier gelootet, ja, ne? Weiß ich nicht. Noch nicht. Sieht gelootet aus. Dann lass mal hier ein bisschen Stepper machen. Da könnten halt Gegner sein, ne? Ich denke, es leben noch 80 Spieler. Ich baue mich mal hier rein. Ich will mehr. Da sind noch Minis. Aber die haben looted, oder? Ja, die sind looted, oder? Ja, komm mit, komm mit. Ich habe einen Plan. Du musst deinen Fist ja noch, ne? Ja. Gehen wir hier hoch. Gehen aufs Jumphead. Fliegen mit dem Jumphead aufs andere Jumphead. Jumphead nochmal. Auf Olympus. Stehen wir da erstmal. Auf Olympus. Olympus. Begreif ich nicht. Du, MeChield. MeChield. Eingeleitet. Jetzt bist du einmal. Einmal. Die Sprudelflasche. Jetzt gehen. Ich kann aufs Berg. Boom. Wohin? Markier. Auf das Jumphead drauf. Geht's so lange der Splash noch, oder darf ich nochmal Splashen? Warte mal. Was ist? Hier ist ein Gegner. Komm, komm mit. Ich halte auf den, ich halte auf den. Ich krieg's so, dass er dich nicht zieht. Am besten. Ja, Bro is high. Also. Er ist hier so krass gesetzt. Er schießt. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Dann hatten wir hier nicht hoch. Die hätten halt hochgehen sollen. War das, dass du so krass gesetzt hast. 22, 44. Wie war hier ist die Waffe denn? Welche spielst du? Die lila ne. Suche nach Signal. Okay. Wohin? Ja. Fängt das da? Soll ich was tragen? Was ist das? Nein. Was machst du da? Was? Hä? Du machst einfach Takora Scheiße. Hast du getroffen einmal? Nein. Willst du auch mal machen? Einmal so aus. Ne, lass das mal lassen. Lass, lassen. Das ist die gleich. Ich hab schon Magazinerweiterung. Du musst paranoider spielen. Wir könnten immer duos. Da unten sind noch zwei Kisten, aber das ist unsicher. Guck mal, wie stack die Runde ist, Mann. 80 Spieler, Digga. Eben war 79. Da hat sogar, anstatt einer geschoben ist, wurde einer dazugeholt. Oh, man. Weißt du, wir sind die einzigen, die den richtigen Fight engaged haben. Ja. Deswegen. Sind wir echt? Sag den letzten drei Slots. Shield? 90% Sprudelflasche, zwei Shield Bubbles, ein Medipack. Ist okay, ist okay. Du weißt halt nicht, wie schlimm das Late-Game sein wird gleich, ne? Komm jetzt, wir gehen jetzt schon. Use. Dann. Einmal spritzen. Oh. Kann man draufsteppen, ohne dass man drauf springen muss? Ja. Wieso bringst du mir das nicht bei? Heim, Lukas, neun, danke für den Prime, und Lucy, sechste, danke für den Prime. Also fliegen wir hierher. Nee, die haben kann. Wie wir. Olympus ist doch stacked SF. Komm, mir. Geht nicht so tief, unmöglich. Ich hab's gechoked. Was hast du gechoked? Alles klar. Was hast du? Eigentlich bin ich das Master-Spieler. Mach nichts kaputt. Nicht hier heilen wir, bro. Erfst du auf die Kante, und dann machst du den hier. Curved, muss man leicht becurved. Ja. Aber guck dir diese Posee an, guck dir diese Posee an. Und von oben, es kann sich keiner reinbauen von uns. Doch, aber wer baut sich in diese Box rein? Psychopathen und Stream-Sniper. Ja, im Film nur ist es vorbei. Bro. Also... Was ist die These? Wenn wir in so einer Lobby die Stream-Stand werden... Ja. Sascha Marinkovic grüßt euch. Sasko 9. Ist er das? Geil. Das ist der ultra starke Wildcarder, der bei der Border League noch mal richtig uns vom 12. auf den 8. hochgekickt hat. Ist die Border 8. Platz? Hm. Na ja, 9. jetzt haben wir noch so ein komisches Spiel, aber 8. waren wir eigentlich offiziell. Okay. Na ja, das war krass. Wunderschöne Tore. Hast du dann... Du hast dann auch gespielt, ne? Hab gespielt, leider hab ich das Ding in die Latte gezimmert. In die Inlatte. Bro, ist kein These-Botler noch und kein These-Botler. Nee, echt nicht, Alter. Stimmt. Sascha, wir haben hier... Wir haben hier... Dreieinhalb Minuten Delay. Deswegen ist die Kommunikation schwierig. Soll ich sonst gestreamstert werden wie Sau. Was für eine... Was für Leute spielen da mit? Außer diese krassen... Also krassen OGs. Ja, das ist halt so... Was für Liga ist das so? Was kann ich dir das vorstellen? Sechste, fünfte, vierte Liga. Ja. Und dann so ehemalig... Oh, wir sind close. Nicht gestappen am besten. Ich hab eben gestappt. Ich hab eben gestappt. Voll gut. Die Falten, die denken, das waren die Steps von denen. Das Schlimmste wäre halt wirklich, wenn hier so ein... Bunker reingeflastert werden würde. Also übrigens... Okay. Ja. Vierte, fünfte, sechste Liga. Ja, ja. Und dann so ehemalig... Erste und zweite Liga oder so. Und dann auch so ehemalig Champions League Gewinner. Gewinner? Ja. Ja. Ja, das ist halt das Problem. Ich bin sehr schlecht mit Namen. Wenn du mir jetzt zehn Optionen geben würdest, könnte ich dir sagen, wer es war. Und bei 30? Auch. Wer soll ich den Namen höre, wüsste ich sofort, der ist es. Aha. Die Spray-Proben? Die wissen es, die wissen es. Woher wissen sie es? Nein, die wollen die Bildung aber haben. Irgendwas, glaube ich. Gut, machen wir es. Da habe ich gechillt vor dreieinhalb Minuten, Julian. Genau da habe ich gechillt vor dreieinhalb Minuten. Bist du lost? Bist du lost? Da stehst du gut, wenn wir angeschossen werden. Wieder bohrst du das? Jetzt. Komm. Ohne bohrt. Mein Handy ist aus. Peinlich. Ist geladen. Ich kann den Cup nicht spielen, finde den nicht. Ja, du musst dich qualifiziert haben. Oder du musst Gold sein. Bist du beides nicht. Die ballern auf mich, die ballern direkt auf mich. Komm, weg, 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 weg. Oh, kann jemand retailen? Was soll das? Droppen gleich komplett. Das ist auch nicht. Das ist dumm hier. Wollen wir abhauen? Okay. Wohin? Bist du in meine Richtung stepen? Liegt das? Oh, ist das auch diese richtig epische Musik? Nein. Contento ist es. Diego Contento. Hey, ich habe meine Map jetzt wieder gecovert. Warum? Keine Ahnung. Ich will nicht, dass die Leute wissen, wo wir sind. Ich will mal deinen Stream gucken. Gigi's. Scheiße. 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 Ich habe kein Abendbrot. Ich dummer Idiot. Ich bin so dumm, Digga. Was soll man sich bestellen? Ich war heute richtig geil beim Sport. Hab heute nur acht Eier gegessen und einen doppelten Eiweißshake. Das war's. Acht Eier und einen fetten Eiweißshake. Eier wäre mein letzter Call, aber das kannst du ja nicht, ich glaube, mitmachen. Oh, ist die denn noch ein Magerquark? Was soll, habe ich alles nicht. Ich habe keinen Kühlschrank, du Dummer. Ich habe nichts. Ich habe nur fünf Minuten Terrain und einen Wasserkocher. Wann begreifst du das endlich mal? Diesen Zustand habe ich jetzt schon seit dreieinhalb Monaten. Ich hätte mir so einen Ofen einfach kaufen müssen, den du so einfach in die Steckdose packst. So ein mobiler Ofen hätte ich mir ziehen müssen. Digga, du erzählst mir ein, du hast keinen Kühlschrank, aber hast da irgendwie so einen Level-up-Kühlschrank, wo 300 Level-ups drin sind. Als ob du einen Magerquark reinstellen kannst. Ja, das ist, ja, okay, da, ja, okay. Ja, aber das nervt ja. Das nervt ja. Was kann man sich bestellen? Du kannst ja jetzt ja nicht einfach, jo, ich hätte gerne 600 Gramm Hühnchen, dann bringt dir jemand 600 Gramm Hühnchen. Das gibt's ja nicht. Du musst dir irgendwie immer in einem Burger bestellen oder sowas. Sag, einen guten Bekannten, jo. Tocht für mich. Geld. So eine Scheiße. Das ist so out of this world, das wäre mir so unangenehm, wenn ich jetzt einen Bekannten anrufe, ob der mir jetzt Hühnchen brät. Was ist das für ein Scheiß-Call? Das muss ja schon vorher kommen. Das kann ja nicht jetzt mehr zu random. Ich ruf jetzt an, ja? Ich frag mal in der Fußballmannschaft, ob er hier mal ganz kurz vorbeikommen kann und 600 Gramm Hühnchen bringen kann. Ey, ja, wir hätten in der Fußballmannschaft für den ESN-Code oder so. Ich bin hier in for free, du Sau. Wann mach ich mein erstes Spiel? Ja, wann machst du dein erstes Spiel? Hier kommt vielleicht was, vielleicht. Die hätten da halt so einen Head-Click-Job uns, wenn die da angreifen von da, ne? Checkst du das? Ja. Zone? Komm. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Okay. Geh runter. Geil, Midi-Pick. Ich meinst, ich meinst, ich meinst. Suche nach Signal. Ich seh nichts, ich seh nichts, ich seh nichts. Bin wieder da. Für dieses Höllenwasser. Nee, ne? Weiter, weiter. Halt deine Schild in der Hand. Ich habe mein Schild in der Hand. Wir gehen hier lang. Brauchst du auch neu gerinnen? Geh vor uns, vor uns. Geh direkt vor uns. Unmittelbar vor uns. Weg. Geh hoch. Ja. Klar, ich komme nicht hier hoch. Doch, du musst flinten, du musst flinten. Habe ich gerade? Warte, ich bin nicht aufgehauen. Wir haben angriffen, wir haben angriffen. Wieder nicht hochgekommen, wieder nicht hochgekommen. Mann, warum läufst du da lang, wo ich nicht langkomme? Du musst da quer auf diesen weißen Stein, musst du da auf, Mann. Da wirst du sterben. Auf diesen Stein musst du da aufstrinden. Noch geht das. Auf diesen Stein, auf diesen Stein musst du da aufstrinden. Ja, jetzt. Ah, klettern, Digga! Ja, das musst du auch machen. Nie wieder so einen schweren Weg. Erste Verwandlung, Julian, wirklich. Spiel dich mit dem, was du hast. Ich habe Medipack und eine Spriedelung. Mach Spriedel. Komm mit. Noch ein Shield. Da ist safe als im Busch hier rechts. Komm ganz hoch, ganz hoch. Komm ganz hoch, ganz hoch. Für einmal gewinnen. Ich kann meinetwegen auch sterben und du gewinnst das. Spiel, spiedel, spiedel. Einmal Spriedel. Einmal Spriedel. Du bleibst so hoch wie möglich, okay? Wir bestellen los, wir warten, bis die Sohn sich gleich bewirbt, okay? Bleib ohne. Ja, ja, ich check das, Digga. Stay high. Wir bleiben im Highground, ohne Bauen. Wir bleiben super lange hier oben, bis wir wissen, wo die Zone hinkommt. Da schießen welche. Wo landen wir? Zeig mal, wo wir landen. Hier pflanzen wir uns hin. Was ist da? Zone. Okay, los. Gehen. Da unten hin oder da oben? Da, wo ich bin. Bro. Bro, bro, bro. Hast du noch einen Shield? Spriedelung mach ich an. Ich hab noch Shield. Ich hab keine. Ich hab eine Shield-Bubble nur noch. Ja, das mein ich. Liegt. Warte, 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 warte. Nooo. Ach, Bro. Ey, nein, das kann uns keiner erzählen. Unser Bunker glitcht unter die Map. Deswegen muss ich einen zweiten Bunker place. Deswegen kann ich nicht zwei nebeneinander placeen, weil der eine ist ja im Boden. Dann machen wir sowas. Die können einfach Granaten deswegen reinwerfen, weil die perfekten Engel haben. Und wir können dagegen nichts machen, dass die einfach die Granaten reinwerfen. Ich schmeiß ein Shield, dann könnt ihr auch einfach gegen schmeißen. Ich lauf weg. Ich bin tot. Das ist unmöglich. Das ist asozial Epic Games. Unser scheiß Bunker ist im Boden und dann sterben wir. Wohin? Da, wo wir. Wohin? Da, wo Ultra contested ist, okay, hinten. Jo. Ich hab eben Stay High gesagt. Meintest du doof? Was? Oben bleiben. Stay High. Das Ufo 361 mäßig. Highground mäßig. Ja, ja, klar. Nein. Digga, das ist doch kreis. Wir hatten Highground im No-Build-Modus. Das musst du erst mal schaffen. Das war crazy. Ankommen. Lass es auch ankommen. Kommt hier was? Ne. Das ist auch actually. Ich war so gut. Das müssen wir Search holen. Eine einzige Runde gewinnen. Ey, bitte, man. Bro. Ey, bitte, man. Ich schau den ein bisschen weg, weil hier ist echt so guter Loot. Warum bist du jetzt bei mir gelandet, Mann? Ich hab's ja gesagt. Na gut. Hä? Ich hab zwei Shoot Bubbles. Ich popp' mir zwei Minis und dann popp' ich mir ein Biggie. Wir müssen nur ein einziges Mal gewinnen, ne? Dann war's das. Wenn wir ein Game gewinnen, ich spiele nie wieder Fortnite danach. Dann bin ich offiziell E-Sportler und retire noch am gleichen Tag. So viele komische Geleiche. Hier ist ein Splash. Ich hol mir mein Gold, Bro. Gibt's hier nicht ein Tresor? Doch. Ich hol mir da nicht hin. Ich ging komplett gelootet. War da was? Ne, nur Gold. Willst du sowas hier? Das Medifikationspaket. Oh, hier nimm mal Shit. Wir müssen hier mal gucken. Ich hab hier Schüsse gesehen. Oh, ne, lass dir das weiter loomen. Lass dir das weiter loomen. Das wäre für mich ganz perfekt. Das ist ja eigentlich nicht so wie. Mein Loot ist ehrlich gesagt richtig Arschritze. Vor mir sind noch Splash, nehm ich mit. Tausche ich für ein Menü. Nein, komm, 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 komm. Was willst du denn? Wir loomen hier noch die andere Stadt. Ich auch angetestet? Das Hotel, das Hotel, das Hotel. Wir haben den ganzen Blick gesagt, dass hier ein Angetestes ist. Ist immer noch ankommen. Hier ist es für dich. Hab schon vier. Und ist das auch für dich? Obwohl, ich kann noch mehr mitnehmen eigentlich. Ich tu da zwei Splashes weg. Medis kann ich noch tragen, schau mal. Alter, wenn ich Fortnite Pro bin und dann retire, bin ich Ex-Fortnite-Profi. Das ist ja noch krasser. Ja, ja, geil, Digga. Dann kannst du aber in deine Twitter-Videos nicht deine offiziellen Earnings reinschreiben, sondern deine Fifth Third Party. Alle Fonsequenze Events. Ja, ja, geil. Dann hast du ja Maxed Earnings. Da wirst du Top 5 Deutsch raum. Geil. So viel sind das gar nicht. Ich glaube, das sind so 38.000 oder sowas. Ja. Also es ist nicht Top 5 Deutsch. Ist immer viel, ist also viel Geld, aber es ist jetzt die Top 5 Deutschlands. Ja, das stimmt. Manche machen das mit einem Turnier. Ja, manchmal machen das mit einem Turnier. Ich mach das in acht Jahren. Kannst du die Taschenmunker nicht carryen? Ja. Ja. Ich find sie doch nicht. Komm, du kamst ja eben 5 Minuten nicht hoch, obwohl du diesen, 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 dieses Hass hattest. Ja, Digga, das muss ich ja dann erst einsetzen. Ich lass mich jetzt trage, ich hab Platz fürs Medipack. Okay. Leute, mein Display-Port-Kabel hat beim Umzug einen Kabelbruch kassiert. Alle irgendwas haben aneinander, dann ist 10 Minuten nichts und dann kommt bei mir Suche und sagt, nee, danach Signal. Ist ganz schrecklich. Ich hab ne graue Shotgun ohne Aufsätze. Das gibt's nicht. Moltisantino, TGTV, VXBX, Kevleaf, Dark, NewSnoove, Carapacool. Bin gleich David, Katzow, Gurkemann 05, danke, Frau Primes. Jetzt meinte, dass er dieses Spritztour gemacht hat. Ja. Ich hab mir kurz dem Camp mir entgegen. Warum? Ja, weil er aus Hamburg raus, die Autobahn. Wir sind Richtung Flensburg gefahren, du kommst auch aus Bremen. Ja, das hab ich mir auch gesehen. Wir haben hier umgesehen. Digga, du denkst, Bremen liegt bei Flensburg. Nein, nein, vom Elbtunnel raus, wesentlich. Ah ja, okay, okay, okay. Wenn wir durch Elbtunnel durch, dann zack, ja, okay. Vielleicht durch die Streamside. Mit einer 60 PS-Kiste. Was fährst du für ne Karre? Was denkst du? Opel Corsa. Oh. Gieß Haja. Wieso? Nein. Was denn? Bist du Opel Corsas geiles Auto? Ja. Ja, so einen ähnlichen. Echt, in diesem, äh, äh, Frucht. Ja. So einen ähnlichen. Wie dann ab. Ein Renault Zoe? Nein. Oh. Was denn dann? Ein Seat, so ein Mie. Kennst du? Seat Mie. Ja, das ist das gleiche, wie... Ja, ja. Ein Ab. Eigentlich schon, ja. Kostet nur die Hälfte. Bro. Ne, ist ja gut. Ist das gleiche, kostet die Hälfte. Ist ja ein guter Deal. Ja. Moment. Also mit Kraft auf der Autobahn. Digga, stell dir mal vor, wir schaffen es einfach, Mann. Mit Fahrzeit auf der Autobahn, schon mit 110. Alles, alles laut. Geh lang. Auf der Bridge ist sick. Brüsch müssen wir zusammen. Wenn du irgendwas siehst, dann... Sturmsearch? Ich denke, ja, für später. Da habe ich deinen Mann. Was ist denn dem er? Nö, aber eine blaue AK, da war gar nicht die Cross to the Map. Da hast du den Busch. Äh, ist drin. Da wird was drin sein, den Busch. Lass da reinschießen. Und ballern? Ja. Nichts. Okay, jeder sagt, wie viel Shotgun-Schuss er hat. Aber gleichsichtig. 3, 2, 1. 48. Und jetzt, wie viel... AR-Schuss? 3, 2, 1, 2... 342. Stop, 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 stop. Nein! Du lässt die Munitionskisten zu! Hä? Du lässt die Munitionskisten zugelassen und hat mehr Shotgun-Emo. Wie fühlt sich das an? Digga, wer braucht denn 60 Shotgun-Schüsse? Bei deinem Aim vielleicht. Bro. Ja, so. Morgen kommt endlich mein Healy an. Was ist ein Healy? Ein Healy, das ist so eine... 14-Cent-Infrarot-Diode. In Plastik verpackt. Und die wird für 4.000 Euro verkauft. Und du kannst damit across the map, über die ganze Welt, mit irgendwelchen Schwingungen, Menschen heilen. Auch Krebs und Parkinson und alles. Oh, was dauert, Bro? Ja, das klingt wie ein Item in Fortnite. Oh, Healy ist? Ein Healy. Ein Healy. Der heißt Healy. Healy sind diese goofy-ass Schuhe mit LEDs unten dran, Bro. Hätte ich gar nicht gegoogelt. Ja, ja, das sind die Schuhe-Healy's. Aber hier ist so ein Healy. Den machst du dir einfach ran. Der bringt gar nichts und kostet 4.000. Und die machen damit 130 Euro, Millionen Euro Umsatz im Jahr. Mit Plastik-Schrott. Und das heißt Healy und die Leute kaufen das. Ist das krass? Da gibt es Leute im letzten Stadion von Krebs, nur noch drei Monate zu leben und die Medizin kann nichts machen. Dann kaufen die sich so einen fucking Healy, binden sie sich um dieses kleine Stückchen Plastik-Schrott und denken, das kann einen heilen. Oh, das gibt's nicht. Das ist echt real. Es gibt Healy's, es gibt Healy's da draußen. Und der Staat, der deutsche Staat kann nichts dagegen machen. Aber auch dafür Werbung zu machen, das gibt's nicht. Ich mach Werbung für die Scheiße, damit jeder weiß, dass es scheiß Healy's gibt. Das ist Abzocke. Das ist die größte Abzocke, die es gibt. Fremste Firma Deutschlands. Ja, das ist es. Und die haben, ähm, Simplizismus angezeigt. Ja, das liegt da hier auch. Achso. Ach nee, du hast ja nur ein Positives gesagt. Achso, ich hab mir die Healy ja geholt. Ich bin die Healy-Partner. Ich werde erst angezeigt, sodass ich dir den Titel vorgelesen habe. Ich bin eine Affiliate-Partner von Healy. Und Malboro. Geht das? Und dass da Menschen auf dem Zug sind. Dann komm, zurück. Tot ja ewig. Tot ja ewig. Healy klingt wie ein mythisches Item aus Fortnite, ja, ja. Ja. Oder so eine Banane. Peely. Ja, stimmt. Peely gibt's ja schon. Klar klingt das wie ein Fortnite-Item, weil es jetzt eine Healy ist. Weil es Peely ist der Main-Skin hier. Ich hab' ne ganze Dose Pepsi getrunken. Pepsi Zero Max? Ja. Ich hab' die Max noch nie verstanden. Hier steht gar nicht mehr Max drauf. Schade. Wofür stand dieses Max denn sonst eigentlich? Maximum... ...Geschmack. Die normale Pepsi hat ja kein Maximum-Geschmack. Stormsearch müssen wir langsam rocken, ne? Ja, vielleicht. Wenn du willst, kann ich bisschen Schaden machen. Dann kann ich mal scam, als man... 26 Damage. Man hat Cola bestellt im Kino. Man hat Cola bestellt im Kino. Pepsi next. Schieß zurück, die Schwänze. Achtsang, achtsang. Vielleicht ziehen wir zuviel Aufmerksamkeit dadurch auf uns. Unmöglich. Flieger, ich hab' uns. Achtsang, achtsang. Uuuuh. Hüp. Hast du Damage gemacht? Wann Stormsearch kommt gleich? 54. Sind da noch Schwänze auf dem Dach? Wo sind die Schwänze vom Dach? Die zwei grünen? Die zwei grünen. Aber warte mal. Es gibt echt keine Sniper mehr an Competitive, ne? Warum? Da ist was? Ja, weil wir... Digga, wir haben seit 26 Stunden keine Sniper gefunden in dem Modus. Bist du dumm? Manchmal denke ich wirklich, wie kannst du das Abitur schaffen? Wir haben 26 Stunden keine Sniper gesehen. In-Game. Ich bin tot. Einfach so angeschossen. Ich bin tot. Ich hab' ein Shack-Touch kassiert. Ich hab' kein Schild mehr. Ich hab' kein Schild. Ein geiles Schild, bro. Einziges Schild, was ich hab'. Lass mal weg, das war das Gebäude. Du kannst mal hier nicht sterben, wo ich stehe. Echt? Ja. Suche seit Nignal. Ja, bro. Bist noch selber schuld. Let's go, Leverkusen. Geil, Leverkusen. Ich war schon immer Leverkusen-Fan. Geil, dass sie gewonnen haben. Der Zeltmeister. Ich guck' jetzt keine Bayern-Spiele mehr. Ich guck' jetzt nur noch Leverkusen-Spiele. Scheiß auf Musiala, ich bin jetzt Würz-Fan. Okay? Okay. Gut. Aber wenn Dortmund, äh, Champions League gewinnt, guck' ich nur noch Dortmund. Okay? Okay. Gut. Wenn Stuttgart-Erster wird, hol' ich mir ein Stuttgart-Trikot. Kennst du diese... ... 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 ist die labern schluss wo die zone kommt die grünen nerven mich sind gut was ist wir müssen los was liegt da ist das mini darf ich da lang laufen da liegen minis ich hol mir den ich kann gar nicht mitnehmen selbst nehmen uns zwei spieler da sind die grünen und nehmen uns auch auf dich wird geschossen 48er headshot nicht durchatmen soll ich mir mitipack fetzen bei 81 oder nicht da sind sie da sind sie ich kann sie scaren ich kann sie scaren ich kann sie scaren ich kann storm search action machen du ziehst erst ein medikit dann gehen wir auch wieder die aim auf uns die schwänze was hast du denn für eine waffe soll ich mir echt mitipack poppen ich hasse für 20 hp mitipack poppen schaden kassiert genau so viel leben wie vorher ich hasse dich nehm uns suche nach signal ich bin drin hinter mir gegner hinter mir gegner mitipack liegt ich hab's genommen scheiße ich hab verklickt ich bin tot er hat immer in der eigenen sheetbubble hoops genommen wir haben ganz viele flopper und ganz viel leben 50 spieler noch du musst es alleine schaffen ich hab so viel verloren ich hab gar nichts mehr du hast keine items mehr ey bro wenn du das schaffst bin ich einfach e-sportler bitte 1000 euro wenn du es schaffst ok ok nimmst du den deal an nein nimm ich nicht scheiße ey zum glück ist ja bei diesen anderen leuten die mich ja getötet haben ich auch im solo mit 80 hp lang gelaufen lieber töten die mich und giften den anderen leuten den loot wir machen unsere runde letzte runde digger ey normalerweise sind unsere letzten runden immer scheiße lass jetzt die runde mal nicht scheiße werden lassen jetzt einmal alles geben fürs team wir sind nur zu zweit dabei weißt was ich meine ja und raus fürs team wohin 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 mark 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 hab ich immer noch nicht geklärt was ich esse ist ja egal was du isst oder nicht es war rös was oder ist die so wichtig mit protein, gains also ich könnte mir jetzt zum beispiel in den fetten big tasty double bacon double double cheese double beef holen die landen bei uns hart die sind da der harter contest harter contest die legen es drauf an das ist ja wasser hier irgendwo bei mir im gebäude irgendwo hier irgendwo bei mir im gebäude irgendwo verstehe ich verstehe 78 white wo ist einer bist du da hier rein gelaufen wo ist einer ist einer wo ist einer wo ist einer wo ist einer Ich habe die beste Pumplot bekommen. Ich bin fulling gelandet und habe wieder auseinander gepflückt. Komm! Komm! Was denn? Ich habe einen Spot bevor ich anbrüllen. Ja, ok, ok. Ich habe Angst. Kann er mich hier frei bewegen oder er campt hier irgendwo noch eine Sau? Maybe campt er, maybe nicht. Maybe. Ja, mach einfach. Oh, yes. Die brauche ich. Da bleibst du stehen. Hm. Hm. Wasserbändigungs-Scheiße. Ja. Ich habe einfach mal geschaut, ich war immer für die Feuernation. Merve ich bis heute, dass die nicht gewonnen haben. Wie geil wäre das gewesen, wenn wir die Feuernation gewinnen. Da gibt es nur noch Feuerbändiger und nichts anderes mehr. Hä? Shield. Ich habe es eingesammelt. Was hast du da? Lass es. So. Komm mal her, komm mal her. Nein, last round. Nimm mal die Diegel in die Hand. Nein. Warte, warte, warte. Nimm die Diegel in die Hand. Ja, und dann. Nimm die Diegel in die Hand. Ne Jolne. Nimm die Diegel in die Hand. Scope. Fies und geh hinterher raus. Aus dem Scope. Ey, ziehst du bei dir auch so hin? Ja. Ey, das ist komisch. Jetzt ist sie leer. Ja, scheiße. Die will ich spielen. Ne Jolne, ne Diegel spiele ich. Du bist leer. Das ist gar nichts. Ich werde damit treffen. Die hat Hit Point. Hit. So, Shield Carrying? Negativ. Soll ich die AK liegen lassen? Ja, ist besser, oder? Dann habe ich gar nichts mehr. Ne, ich habe jetzt nur zwei Spots. Tut mir leid. Ah doch, ich kann Shields. Natürlich kann ich. Ach du Shield Bubbles. Okay, Shield Bubbles. Geh du mir mal deine Sniper Ammunition, please. Wo sind die Shield Bubbles? Bei mir vier Stück, aber eine muss ich behalten, oder nicht? Yes. Split them. Kann ich jetzt. Boom. Geh lass weiter. Hier ist immer noch eine Chest. Komm. Chill. Man. Morning. Hier ist was, hier sind Bad. Ich bin hier oben. Ich bin ganz oben hier. Ich schaff es nicht zu dir zu gucken. Scheiße. Über dich. Ich glaub dir nicht. Da, ich sehe ihn da oben. Einer von denen ist Crack. Der hintere oder der vordere? Oh. Keine Ahnung. Ich brauche Sniper Ammunition von dir. Ja. Damit hätte ich sie beide getötet. Du kannst die League nicht spielen. Du kannst die League nicht spielen. Du hast zu wenig ammo dafür. Das will ich mal machen. Wer ist der E-Sporter? Du oder ich? Ich kann die League nicht spielen. Alles wird los. Aber. 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 100% Stream Sniper. 100%. Hast doch deine Sniper. Hast doch deine Sniper. Mit Munition ja. Digga. Getropped. Ich weiß nicht mehr wo. Ach Digga. Warum denn? Warum machst du sowas? Ich brauche sie so dringend. Dann können wir die. Da ist er. 89 Damage. Shield Crack. Shield Crack. Entschuldigung. Komm schon. Hab ihn. Nice. Was? Er ist hier deine Sniper Schüsse. Dann irgendwo hier in der Area. Das wäre wohl der Streams. Sniperiestes Streams, den ich je gesehen habe. Okay. Ich habe die gefunden für dich. Digga. Du hast sie aber auch versteckt. Oh. Die waren in 30 Sekunden. Dann markiert sie in 20 Sekunden. Zehn Schüsse. Hm. Hast du zehn? Ja. Das ist ja vier. Ich bin nur sechs getroppt. Dann hat der viel gehabt. Ja. Sieh mal einer an. Was wollte denn der Typ? War der Instant tot? Das war maybe der Mates halt einfach. Wir können halt noch in die allerletzte Runde reingehen. Was? Wir können doch nur drei spielen. Die. Was? Die. So. Mach mal nicht so Angst. Letzte Runde. Digga. Stell dir mal wirklich vor. Die gewinnen wir. Wenn wir die erste Runde gewinnen, verzehnfache ich deinen Gewinn. Ich mache von 100 Dollar auf 1000 Dollar. Okay. Das ist doch gut, oder nicht? Das ist eine gute Idee. Was denkst du? Zwischenst du deine Leute um? Du kannst halt theoretisch mit viel Glück kannst du auch wenn ich tot bin es einfach alleine schaffen. Ne? Das hast du doch schon öfter mal bewiesen. Viel Glück. Viel Glück. Padme hält die Diegel wie die... Wie die größte Scheiße die ich jemals gesehen habe. Die schießen auf uns. Die schießen hart. Ich hau ab. Ich hau weiter ab. Oh ja ok. Versteck dich. Versteck dich. Hast du shields? Gar nichts. Ich hab drei Medis. Jeff Shields Bubbles. Wenn du das meinst. Ich bin da wo du gemarkt hast. Wohin jetzt? Nein, nein. Warte auf mich. Das ist zwar ein randomes Marker. Komm zu mir. Du musst mal hüten. Lass mal ein Busch sein. Du kannst nicht gut aus. Gut. Geht schießen. Da war jemand oben. Bro. 73 Gegner leben noch. Alter. Da könnte ich ja mein ganzes Setup zusammenschlagen. Ah nice. Angelus Game. Ich glaube... Bei 73 Leuten... Jetzt rein vom Impuls her. Ich hab jetzt drei Bildschirme gerade vor mir. Ich würde als erstes auf den Rechten gehen. Ich würde erstmal den Rechten ein riesiges Ding ziehen. Und ich glaub den Rechten würde ich reinschlagen. Und dann würde ich meine Beine, den Mittleren und den Linken... Und dann nehm ich den Mittleren und den Rechten und schleudere ihn einfach runter. So. Davon gehen die schon kaputt. Das reicht. Dann würde ich mir so das Kamerastativ schnappen. Das ganze Stativ. Und weg vom Tisch reißen und auch wegschmeißen. Und dann würde ich einfach so mit nem richtig krassen Schubser meinen ganzen PC... So richtig so... So richtig mit Kraft vom Tisch einfach auf den Boden knallen lassen. So würde ich glaub ich mein... So würde ich's glaub ich machen. Nice. Das wär so meine Vorgehensweise. Dann ist der ganze Tisch quasi schon leer. Der könnte ich am Ende noch den Tisch flippen. Aber das geht nicht außen sitzen. Der ist zu schwer. Dafür müsste ich schon aufstehen. Ich würde dann aufstehen und meinen ganzen Tisch flippen. Ja. Das wär so meine... Meine Strategy für den Cup. Was machst du? Chillen. Chillen? Na gut. 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 Sorry dass du eSportler bist und ein stabiles Mantle hast. War auch nicht immer so. Schlimmste war... Bis der Solo-Effend ist der ist. Ich bin Rager. Was ey... Bro bitte man... Level oder... Was? Nein mehr. Was machst du für Geräusche? Bro... Bro... Sieg ist hier 5. Plus... Plus... Plus 14 Trophies. Lolo-Stauern. Das lebt 64 Leute. Oh hoffentlich ist die Insel weit weg. Wo ist sie? Weit weg ne? Ja. Da kommt was? Achtung. Ist gut. Die sollen... Die sollen kommen. Die kommen voll in unsere Richtung. Volles Rohr. Ich hab richtig zig wenn wir einfach einen töten könnten. Willst du schießen? Nein. Wir sind ein Quick Juicer. Was machen die? Was ist deren Mission? Wo wollen die hin? Wo wollen die hin? Da kommt noch ein Team. Da ist Fight. Und da oben auch. Drei Teams jetzt auf einem Spot. Da kommt das Team runter vom Berg. Ne, bleibt auch oben drauf. Die haben Sniper rausgenommen die Schwänze. Du wusstest es noch nicht mal. Folgst du nicht so ner Infoseite? Doch. Aber? Dass die NoBuild, ZeroBuild EU das rausnehmen. Das hab ich nicht gesehen. Ja, aber die muss ja draußen sein. Oh, auf deinen Kopf zu wackeln. Ja, mach ich nicht. Meine Waffentarnung sieht so hässlich aus. Halt deine Fresse. Deine Waffentarnung sieht aus wie von einem... Ja, deine Waffentarnung ist geil. Kann ich nichts gegen sagen. Die sieht echt cool aus. Gehst du eigentlich dann auch, wo du nach Japan legst, ein Anime-Grind kurz? Nein, 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 nein. Bist du zu checken den Wald? Nein. Ich werd Japan komplett abchecken. Von oben bis unten. Aber ohne Anime. Aber ich werd versuch alle Animes komplett zu meiden. Was? Die wollen dann auch so in Anime-Museum und so gehen, da mach ich nicht mehr. Aber Shibuya geht hier schon safe hin. Was ist das? So ein Stadtteil ist ziemlich cool. Aber viel Anime und viel... Anime-Stadtteil? Da hab ich raus. Aber das sieht cool aus. Das ist ästhetisch, finde ich. Finde krass, wie nervös Max ist, obwohl ihm das Geld egal ist. Also Raphael, wie kann man denn so dumm sein? Ich versuch seit anderthalb Jahren E-Sportler zu werden. Als ob's mir um die 100 Dollar gibt, die dann eh noch in Euro umgewandelt werden müssen. Dann fallen Steuern drauf ab. Dann Wechsel-Scheiße-Gebühren. Und am Ende kommen dann irgendwie 30 Flocken bei mir an. Darum geht's hier, oder was? Es geht darum, dass ich offizielle Earnings habe. Meine Fresse. Und? Finde krass, ich bin sogar in einer Runde, wo es überhaupt um nichts geht. Sau nervös. Wenn ich den ersten Platz mir erspielen kann. Wollen wir dich lieber in dem Busch? Nein. Warum nicht? Warte doch erstmal auf die Sau. Wofür sollten wir jetzt irgendwas sexy fressen? Nur im Cup ist Sniper draußen. Ja und sowas. Guck mal, ich spiel Publix und dann habe ich die natürlich. Aber du spielst Publix? Oder ich spiele Competitive, ich habe die im Baun. Du spielst einfach so Publix. Und zu? Ja, ey. Wenn du Squats? Oh oh oh! Oh 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 oh! Da hat er auch! Oh oh! Da hat er auch! Oh... Guck mal, die pushen, die pushen, die pushen. Die pushen tatsachele. Geil! Man sieht sowas einfach. So, darf ich den eindrücken, wenn ich eindrücke? Dann kommen halt die Granaten in uns rein. Willst du das? Ich hab keinen Shield. Keinen Reshield. Ich versuche mit der Digi-Lag einfach mal... Oh, wir haben einen. Darf ich da auf den schießen? Oh, der ist... Der ist noch! Der ist noch, Digga. Ermaid, ermaid, ermaid. Im Busch. Da kommt's, da ist auch einer drin! Geh? Die geilen sich. Maybe in den Busch gehen, die wissen halt, dass wir hier sind. Sind da auch noch, ne? Da sind auch noch welche. Hast du deinen Shield? Die kommen zu uns! Oh, wir gut. Die gehen hoch, die gehen hoch. So close neben uns, ne? Der kommt wieder runter. Der kommt wieder runter, der kommt wieder runter. Wir sind zu schnell durch dieses Scheiß-Spriedel. Ich kann den nicht abschießen mit dem Diegel. Von wo, von wo? Der kommt wieder runter. Der kommt wieder runter. Die sind weg, die sind wieder weg. Der kommt wieder runter. Ich hab die vertrieben, ich hab die, ich hab die outsmarted, Digi. Komm wieder. Granaten, pass auf, pass auf. Granate kassiert. Was, Digga? Er hat reingeschossen in die Bucke, er ist überhaupt nicht sicher. Ja, unmöglich. Ach man, diese Granaten sind so unfair, Digga. Die Granaten sind so unfair. Wir haben wieder so Geisterkönung auf die Fresse bekommen. Platz 24, Platz 25, Platz 26, das ist noch nicht mal knapp. Ja, aber trotzdem, wir haben uns immer qualifiziert wieder.